Für Taylor Lautner war die Rolle des Jacob Black in der Twilight-Reihe Segen und Fluch zugleich. Sie ruinierte schließlich seine Karriere und sein Selbstwertgefühl. Der Ruhm traf Lautner im Alter von nur 16 Jahren und er war auf seine Folgen nicht vorbereitet. Die nervigen Fangirls des Schauspielers waren so fasziniert von seinem Körper, dass sie ihn ständig anfassen wollten. Das war ein gewaltiger Eingriff in seine Privatsphäre. Und die Medien machten es nur noch schlimmer. Sie machten Lautner zu einem Teenie-Idol, in dem sie seine Figur ausnutzten. Aber Taylor duldete dieses Verhalten, weil er erwartete, dass es sich auszahlen würde. Der Schauspieler hat diesen Fanrausch ausgelöst, indem er einfach versucht hat, seine Rolle in Twilight zu behalten. Für New Moon wäre er beinahe neu besetzt worden, weil der Regisseur jemanden mit mehr Masse für die Rolle des Jacobs wollte. Als Taylor davon erfuhr, begann er sofort, sich in Form zu bringen. Er hielt monatelang eine strenge Diät und ein anstrengendes Trainingsprogramm durch. Er hat 13 Kilo zugenommen. Es war ein sehr schweres Arbeit und die Motivation hinter mir waren die Serie, der Charakter und all die Fans. Ich wollte nichts mehr, als Jacob Black zu betrachten. Also behielt er die Rolle und machte tausende von Fans besessen von seinem Körperbau. Das brachte ihn auch in einige Listen und Rankings der besten Bauchmuskeln, Körper und Sexiest Männer Hollywoods. Alle dachten, dass der Schauspieler nach der Rolle des Jacobs zum großen Erfolg bestimmt war. Doch als seine Zeit in der Twilight-Saga vorbei war, war auch seine Karriere vorbei. Er spielte in ein paar Filmen mit, die alle scheiterten. Der Spionagefilm Abduction wurde in jeder Hinsicht verrissen, von der Handlung bis zu der Leistung der Schauspieler. Ein Journalist der New York Times schrieb sogar, Lautner ähnele einem hochentwickelten Roboter, der menschliche Sprache simuliert, ohne Emotionen zu zeigen. Stell dir vor, so etwas über deine Arbeit zu lesen. Aber andere Misserfolge waren noch schwieriger zu verkraften. The Ridiculous Six war so schrecklich, dass sie bei Rotten Tomatoes eine Bewertung von 0% erhielt. Danach beschloss Taylor, eine Pause von Actionfilmen einzulegen. Er stürzte sich in sein Lieblingsprojekt, ein Drama namens Run the Tide. Damit hoffte Lautner, allen zu beweisen, dass er mehr als nur ein Frauenschwarm mit perfekten Bauchmuskeln ist. Doch dieser Film wurde ein weiterer Kritiker und Kassenflop. Vor fünf Jahren veröffentlicht, blieb Run the Tide Taylors letzter Auftritt auf der Leinwand. Lautner wurde nicht einmal zur Besetzung von We Can Be Heroes eingeladen, der Fortsetzung von The Avengers of Sharkboy and Lavagirl, in dem der 13-jährige Taylor die Hauptrolle spielte. Der Regisseur Robert Rodriguez ging davon aus, dass Lautner nach seinem Twilight-Ruhm nicht mehr an einer kleinen Rolle interessiert sein würde. Er fragte den Schauspieler nicht einmal und besetzte einfach jemand anderen für die Rolle des Sharkboys. So blieb Jacob bis heute der Höhepunkt von Lautners Karriere. Seit Twilight sehen Fans und Regisseure in ihm nichts anderes als einen guten Körper. Niemand wollte ihm eine bedeutende Rolle anbieten. Selbst wenn Tyler keine Rollenangebote erhielt, musste er seine Bauchmuskeln zur Schau stellen. Er hatte nur ein paar Szenen in dem Film Valentinstag. Dennoch musste er in einer davon wieder sein Hemd ausziehen. Als Taylor das Drehbuch sah, war er schockiert. Er hatte es satt, seinen Körper jedes Mal zu zeigen, wenn er auf der Leinwand erschien. Aber es war schwer, sich von diesem öffentlichen Image zu lösen. Es könnte jedoch einen anderen Grund geben, warum Hollywood Tyler abwies. Der Schauspieler verlangte einfach zu viel Geld. Sicher, sein Twilight-Ruhm sorgte für einen saftigen Gehaltscheck und einige Filmmacher waren auch bereit, ihn zu zahlen. Aber bald wurden sie skeptisch. Schließlich hat Lautner an den Kinokassen wiederholt versagt und seine Leistungen wurden nie gelobt. Trotzdem verlangte er einen Scheck über 7,5 Millionen Dollar. So bekam er nach und nach überhaupt keine Angebote mehr. Eine Zeit lang versuchte Lautner ins Fernsehen zu wechseln. Er spielte in den Serien Scream Queens und Chaku mit. Diese beiden Projekte waren erfolgreicher und zeigten Taylors komödiatisches Talent. Aber sie brachten ihm nicht den Ruhm zurück. Dennoch ist Tyler nicht allzu traurig über seine beruflichen Misserfolge. Selbst als er ein Star war, zog er einen einfachen Lebensstil vor. Anstatt sofort eine große Villa zu kaufen, lebte er noch eine ganze Weile mit seiner Familie zusammen. Der Schauspieler hatte einmal gesagt, dass es ihm nichts ausmacht, in einem Pappkarton zu sitzen, solange er seine Liebsten an seiner Seite hat. Es sieht so aus, als hätte Tyler sein Glück in der Liebe gefunden. Er ist seit drei Jahren mit seiner Freundin Taylor Dome zusammen. Jetzt sind sie glücklich verlobt. Lautner teilte diese großen Neuigkeiten Anfang November auf Instagram. Was auch immer sein nächster Karriereschritt sein wird, Lautner wird es gut gehen. Schließlich kommt das Glück nicht von Geld oder Ruhm.